Ich bin Rex. Ich gehöre nicht in einen Käfig. Ich bin der Corgi der Queen. Ach ja? Ich bin ja so beliebt. Ihre Majestät lässt mein Foto sogar auf Becher drucken. Smartphone-Hüllen? Toilettenbürsten. Wenn du der bist, für den du dich ausgibst, wie bist denn du hier gelandet? Ich habe großen Mist gebaut. Ich habe den Präsidenten gebissen. Ich glaube, dass ihr gehört, ihn wegtreten. Ich bin tot? Armer Charlie. Er war dein bester Freund. Bin ich erst die Nummer eins? Dann wird sich hier einiges ändern. Wenn ich an euch vorbeigehe, erwarte ich, dass ihr die Augen senkt. So, Charlie hat alles ganz genau geplant und jetzt wird er bestimmt die Nummer eins. Bring mich in den Buckingham Palace zurück. Du hast doch null Chance, Mann. Vergiss es, Kumpel. Das ist Tysons Braut. Was ändert die Sachlage? Du hast das beste Trainerteam, was wo gibt's. Du kennst bestimmt diesen alten Film Rocky. Da, wo der Underdog gewonnen hat. Rocky hat verloren, Bernhard. Äh, Rocky 2? I'm the original. I'm the original. I'm the original. I'm the original. Oh! Etwas benehmen, bitte! Einer für alle und alle für einen. Gemeinsam befreien wir uns. Bravo! Du machst mit? Äh, nein. Aber die Rede war mega. Bis zum nächsten Mal. I'm the original. Thanks,買ify your master. Vielen Dank.